Es läuft doch bei uns. Das ist das, was wir immer wieder hören von Kunden und Interessenten, wenn wir über den Betrieb von E-Commerce-Plattformen sprechen. Aber was wäre, wenn Ihr Lieferant, wenn Ihr Dienstleister, die Agentur von heute auf morgen nicht mehr liefern kann? Wenn der Mitarbeiter nicht da ist oder Sie ein Problem haben, was Sie nicht lösen können? Das passiert viel häufiger, als man denkt, denn es gibt diverse Gründe, die dort eintreten können. Einfach mal ein paar Beispiele. Der Dienstleister könnte gekauft werden und verschiebt das, was er bisher getan hat, in ein anderes Segment. Oder der Dienstleister geht insolvent. Auch möglich. Der Mitarbeiter bei Ihnen im Haus, der bisher super gearbeitet hat, verfällt in eine Krankheit. Von heute auf morgen steht er nicht mehr zur Verfügung. Oder gar, Sie haben Probleme und Sie wurden gehackt. Oder nicht Sie, sondern die Plattform. Warum? Wer kann es lösen? Wer kann es beheben? Wer findet den Fehler? Und das möglichst in kurzer Zeit. Das sind alles Gründe, die dafür sprechen, sich einmal sorgfältig dazu Gedanken zu machen. Beispielsweise in einem Gespräch mit uns, wo wir einfach grundlegende Fragen klären, Ihre Situation verstehen und dort tiefer reindrillen. Haben Sie ein Betriebshandbuch? Könnten Sie rein theoretisch auf die Plattform zugreifen? Oder tun es sehr, sehr viele aktuell und haben damit auch ein Sicherheitsloch? Sind diese Aufgaben dokumentiert? Wie können Sie vorangehen? Das würde ich gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen klären und ich freue mich darauf, mit Ihnen einen Schritt weiter gehen zu können.